Basel ohne kulturelle Veranstaltungen wäre wie Basel ohne Menschen. Also Menschen brauchen kulturelle Veranstaltungen, damit sie ihr Leben meistern können. Meine Verbindung zu Basel ist, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier meine Lehre gemacht und ich habe seit 20 Jahren eine Galerie hier. Für mich macht Basel aus die Vielseitigkeit, den Rhein als Fluss, wo die Verbindung ist nach Europa und in die ganze Welt. Menschen, die in dieser Stadt leben und Kultur. Die Bibel cet den Boden vom Himmel.